Ja, warum? Ich meine, ERIMA ist eine geile Marke. Erstmal. Ich finde, wir haben viel gemeinsam. Wir stehen für dieselben Sachen. Der erste Kontakt war ja mit SG Pflanzmo Handewitt und seitdem hat das ja zwischen ERIMA und mir gewachsen. Und wir haben dieselbe Idee. Wir sind auch, finde ich beide sehr, wie soll man sagen, menschlich, wenn ich das so sagen darf. Und das mag ich sehr gerne. Es sind sehr gute Leute, die hier arbeiten und ich freue mich auf die Zusammenarbeit für die Zukunft.